Servus, moin, Kölle Allah, wie Paul die zusammen pflegt. Ich bin der Rob von Hafervoll und ich werde euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar wart ihr alle mal jung, hoffe ich doch. Natürlich seid ihr jung. Und zwar stellt euch vor, ihr seid 19, sportlich seid ihr wirklich auf eurem Höchstlevel. Ihr seid so richtig fit, fit wie so ein Turnschuh. Ihr könnt den ganzen Tag Rennen machen, was ihr wollt. Ihr habt einen Traum. Ihr wollt in der Basketball-Bundesliga, in der höchsten Liga der Welt spielen und dort auch bestehen. Die Trainer sagen, Mensch, der Junge hat Talent, der ist ehrgeizig. Und ich habe mir den Arsch aufgerissen, Tag für Tag dieses Ziel zu erreichen. Eines Tages habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin. Ja, und ich mache es jetzt mal kurz. Nach so ein paar Arztbesuchen, die sich so über drei Monate bezogen haben, kam die Diagnose Krebs im Endstadium. Scheiße. Ja, so ist das nun mal. Das Leben, Punkt von Punkt ein, wann es so will. Ich habe natürlich gedacht, ich habe viel gedacht übers Leben. In so einer leicht melancholisch-depressiven Stimmung habe ich über mein Leben nachgedacht. Was bedeutet es, glücklich zu sein? Jetzt, wo es mir krank ist und die Gesundheit weg ist, dann denkt man wirklich drüber nach. Ich muss natürlich gestehen, ich war 19. Aber was heißt es, glücklich zu sein? Was macht mich glücklich? Sind es monetäre Dinge? Sind es vielleicht Ideologien? Vielleicht ein Ziel zu haben? Was will ich erreichen im Leben? Das waren alles so essentielle Gedanken, die einem durch den Kopf huschen. Adrian hat es ja gerade schön gesagt. Man lernt sehr schnell, in so einer Situation zu priorisieren. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist meine Passion? Wofür brenne ich denn eigentlich? Man kennt das heute, wenn man noch mit jungen Leuten redet und die frisch nach der Uni oder nach dem Abi, ist eigentlich alles das Gleiche, wissen beide eigentlich nach dem Abschluss nicht viel. Hoffentlich kein Student im Raum, war nicht böse gemeint. Aber man weiß nicht so wirklich, was man will. Und meine Passion, weil ich mich natürlich auch während der Chemotherapie sehr viel mit Ernährung beschäftigt habe, mit Ernährungsformen, was kann man machen? Meine Passion war dann irgendwann die Ernährung. Ich habe mich dann mit alternativen Ernährungsformen beschäftigt. Und im Endeffekt habe ich auch ehrlich gesagt jeden Strohhalm gegriffen, den es so gab, um irgendwie durch diese Scheißzeit durchzukommen. Ich habe mir sogar überlegt, ich habe mir so den Tumor, ich hatte einen faustdicken Tumor auf der Lunge. Da habe ich mir so vorgestellt, ich weiß nicht, ob jemand noch die Ninja Turtles kennt, ein bisschen ältere Generation hier auch, aber gut, ich bin 34, bin jetzt auch kein alter Sack, aber jeder kennt ja die Ninja Turtles. Und da gab es diesen Slimer, den habe ich mir mal vorgestellt und habe ich dann mit so einer fetten MG, klingt bescheuert, aber ich habe den wirklich mental bekämpft. Ja, und dann kam irgendwann die Zeit, wo man natürlich sich auch überlegt, vielleicht will man mehr im Leben, was mache ich denn danach? Als ich gesund war, bin ich in ein Loch gefallen und ich hatte irgendwie auch einen Traum. Ich wollte irgendwas machen, was wirklich besteht, irgendwann mal, wenn du selber nicht mehr da bist, weil ich ja nun mal wusste, wie schnell es gehen kann. So habe ich dann angefangen, weil Sportler war nicht mehr so gut nach der Chemo, ich war nicht mehr ganz so fit, aber hier drin war alles super und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Also habe ich dann Fitnessfachwirt studiert, besser gesagt einen Lehrgang gemacht, eine Ausbildung. Dann so angefangen, weil es ist ja meistens so als Sportler, wenn man nicht mehr Sport machen kann, dann versucht man die Leute irgendwie sportlich zu machen. Ich wollte jedem helfen, der irgendwie ein Problem hatte, fit zu werden. Ich habe Ernährungsberatung gemacht. Es war für eine gewisse Zeit gut, die Leute haben sich trotzdem heimlich die Haribos reingehauen und wussten, was dann passiert. Aber es hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Es war einfach nicht genug. Ich habe mich lange mit Ernährung beschäftigt, auch gerade, weil ich so viele Kunden hatte und habe mir dann immer geguckt, naja, diese ganzen Lebensmittel im Supermarkt, diese ganzen Convenience-Sachen, diese ganze Crap, wo kommt das eigentlich her und wer entwickelt eigentlich sowas? Ich fand das so spannend, ich wollte auch Entwickler werden. Also habe ich Ernährungswissenschaften studiert, habe dann den ganzen Quatsch gelernt, wie man im Lebensmittelmarkt manipuliert und mit Aromen und Zusatzstoffen und diesen ganzen Quatsch zusammenpanscht. Aber auch das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte irgendwann weiter. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, naja, was im Leben kannst du nicht erreichen? Was stoppt dich? Was stoppt dich, etwas zu machen? Und für mich war es relativ klar, es ist für jeden irgendwas anderes. Für mich war es einfach der Gedanke, naja, wenn der Krebs mich nicht stoppen kann, dann gibt es, glaube ich, auf diesem Planeten nichts, was mich auffällt. Im Grunde genommen, und auch das hat Adrian vorhin gesagt, ich habe natürlich priorisiert mit meinem Leben, ich wollte Veränderungen, ich wollte etwas erreichen. Aber was ganz Wichtiges ist, mit mir passiert während dieser Situation, und zwar mein Mindset. Ich war gepolt, etwas zu erreichen und wirklich ohne Gefangene zu machen, dieses Ziel zu erreichen. Das war mein Traum. Dafür habe ich jeden Tag gekämpft. Und das Einzige, das ist bei jedem Einzelnen hier im Saal, das ist das Gleiche, das Einzige, was einen nur bremst, ist man meistens selbst. So habe ich dann überlegt, was kann ich denn machen? Wie kann ich meine Vision ein bisschen weiter voranbringen? Und der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben im Hintergrund, da fliegt da so ein Haferfeld rum die ganze Zeit. Denkt sich schon, ja, was zum Teufel, warum steht der Junge denn in so einem Kornfeld? Naja, es ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben angefangen, Müsli-Riegel zu produzieren, nur anders. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, wir haben es einfach anders gemacht, besser. Und wir haben uns eine Branche ausgesucht, Müsli-Riegel kennt jeder, da fällt einem direkt so eine Marke mit C und Orni ein, von Schwartau, so ein 400-Millionen-Konzern. Es ist ein Markt, der sehr alt ist, sehr angestaubt. Es hat lange keiner sich getraut, diesen von Großkonzernen dominierten Markt anzugreifen. Ich sage bewusst anzugreifen, weil wir mittlerweile einen kleinen offenen Krieg natürlich führen, auch mit anderen Marken. Die versuchen mit Abmahn schreiben, lächerlich by the way, aber uns irgendwie den Weg zu versperren, aber soll auch nicht Thema des Ganzen hier sein. Aber wir haben uns diesen Markt natürlich auch bewusst rausgesucht, weil es nun mal die Herausforderung ist. Dieses typische David gegen Goliath, der große 400-Millionen-Konzern und da so eine kleine Pissglitsche aus Köln, die in irgendeinem Gründerzentrum mit ein paar Euros zusammengekauert sitzen und versuchen, den Großen irgendwie ans Bein zu pinkeln. Aber wir haben es geschafft. Und diese Herausforderung, diese alten Strukturen aufzubrechen, das war für mich immer was Wichtiges, weil als Angestellter konnte ich das nicht. Als Angestellter, jeder kennt das, ich will hier keinen irgendwie dazu zwingen oder dazu bringen, dass er seinen Chef verlässt. Mein Chef war ein Arschloch, deswegen war es relativ leicht, da rauszukommen. Ich hoffe, er ist nicht hier. Scheiße. Patrick? Nein, er ist nicht hier, ich weiß, er ist nicht hier. Ich würde es auch trotzdem sagen, anyway. Aber ich war als Angestellter nicht mehr glücklich. Ich war es leid, immer wieder zu hören, so kannst du die Produkte nicht entwickeln und das ist zu teuer und wenn wir die Qualität haben. Ich war es einfach leid, Dinge zu machen, weil jeder es so gewohnt war. Ich war es leid, nicht über den Tellerrand zu gucken. Und am Ende wurde ich mit einem Ergebnis belohnt, weil Erfolg ist einer der besten Motivatoren. Wir haben 15 Mitarbeiter, wir haben viele externe Dienstleister, Produktion, Logistik, PR. Auch im Online-E-Commerce-Bereich, weil ich ehrlich zugestehen muss, ich bin kein Digital Native. Ich habe immer viel Sport gemacht draußen, also eher so ein Typ, der die Bälle da irgendwie über den Fußballplatz gekickt hat. Wir hatten ja auch keinen Super Nintendo oder irgendwas anderes. Aber mittlerweile exportieren wir in 15 Länder. Wir sind die drittgrößte Müssi-Riegelmarke in Deutschland, produzieren im Millionenbereich. Und ich kann sehr glücklich sein, dass wir von Dubai bis nach Japan in viele internationale neue Märkte exportieren können. Alleine in Deutschland haben wir über 9000 Verkaufsstellen. Viele unserer Kunden kommen aus dem LEH, aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die REWE, aber auch die Edeka, Rossmann, Tegut, Globus, Chibo, die Jet-Tankstellen, REWE2GO und so weiter. Am Ende, ich habe nicht mehr viel Zeit, gibt es keine schönen Anekdoten mehr. Ich hoffe, dass die Trauerstimmung vom Anfang ein bisschen weggesickert ist. Ich sehe schon, der eine oder andere hat auch mal gelacht, funktioniert ja. Ich finde es auch ganz wichtig, neben den Zielen auch eine gewisse Dankbarkeit. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier oben stehe. Ich hatte sehr viel Glück. Auch das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und ich möchte mich natürlich bei allen von Be Inside bedanken für den inspirierenden Moment, für die inspirierenden Gespräche später. Und ja, ich freue mich auf weitere spannende Vorträge von Max und auch von allen anderen. Dankeschön.